Hallo Freunde und herzlich willkommen zur Fahrschulshow, der schnelle Weg zum Führerschein durch gehirngerechtes Lernen. Mein Name ist Uwe und ihr Lieben, ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute geht es um die Gefahrbremsung. Ja Freunde, habt Geduld, ich muss euch ein bisschen in der Theorie erklären, wir gehen gleich noch ins Auto. Ja erstmal von der Definition her, einige sagen auch Vollbremsung dazu oder auch Schlagbremsung oder juristisch sagt man dazu auch Abbremsen mit höchstmöglicher Verzögerung. Da ist alles dasselbe damit gemeint, ich sage mal heute einfach Gefahrbremsung dazu. Die Gefahrbremsung, die wurde im Klasse B Bereich, die gibt es noch gar nicht so lange. Das war im Jahre 2013, da hat man das erst als obligatorische Grundfahraufgabe in die Fahrprüfung der Klasse B mit aufgenommen. Früher war es halt nicht drin in der Prüfung, heutzutage ist obligatorisch, das heißt, die muss eigentlich in jeder Prüfung gemacht werden. Falls der Prüfer es mal vergisst, habt ihr Glück gehabt, aber normalerweise kommt sie in jeder Fahrprüfung, muss vom Prüfer gemacht werden. Ja die Frage ist, warum wurde die Grundfahraufgabe Gefahrbremsung in der Klasse B Prüfung zur Pflicht gemacht? Nun, man hat festgestellt in Studien, dass Fahranfänger sich in gefährlichen Situationen nicht richtig trauen, voll in die Bremse zu gehen. Und das kann natürlich zu gefährlichen Unfallen führen, beziehungsweise es sind Unfälle entstanden, die hätte man durch eine richtige Gefahrbremsung vermeiden können oder wären halt nicht so schlimm gewesen. Ja, Anfänger haben da auch die relativ witzige Vorstellung in den Fahrstunden. Ja, einige trauen sich dann nicht zu bremsen. Einige haben Angst, dass das Auto kaputt geht. Ich hatte mal einen Fahrstuhl, der traute sich auch nicht so richtig zu bremsen, mussten wir so ein paar Mal üben. Der hatte dann Angst um ein Auto, dass es kaputt geht oder einige denken auch das Auto würde sich überschlagen oder würde ins Schleudern kommen. Ja, und dann will man auch dieses Nicken vermeiden. Ja, das ist vielleicht, wenn ihr standardmäßig an eine rote Ampel ganz normal ran fahrt, in einer normalen Situation, wo keine Gefahr ist, da bremst ihr sicherlich so, dass man nicht immer so vorne einnickt. Aber bei der Gefahrbremsung spielt das keine Rolle, da geht es nicht nach Schönheit. Da müsst ihr richtig voll in die Bremse gehen. Mit Kupplung und Bremse gleichzeitig schlagartig. Ja, Freunde, wichtig ist bei der Gefahrbremsung, dass ihr wirklich mit Kupplung und Bremse mit beiden Füßen schlagartig reingeht. Kupplung voll durch und die Bremse auch schlagartig voll durch. So viel Kraft wie ihr in den Beinen habt, müsst ihr schlagartig auf Bremse und Kupplung bringen. Da fragen dann einige Fahrstuhl auch ganz gerne mal, ja, warum muss ich das denn mit Kupplung machen? Ohne Kupplung geht doch vielleicht sogar schneller. Ich sage, ja, dann säuft aber das Auto ab und das wird in der Prüfung als Fehler gewertet. Na, aber das wäre ja in einer gefährlichen Situation gar nicht so schlimm. Das ist zwar richtig, aber wenn ich jetzt in einer gefährlichen Situation nur mit der Bremse bremse und die Kupplung nicht dazu mache bei einer Gefahrbremsung, dann habe ich ja Kraftschluss. Das heißt, der Motor möchte euch weiterschieben, was den Bremsweg definitiv verlängern würde. Das heißt, ihr müsst so eine Gefahrbremsung mit Kupplung und Bremse gleichzeitig machen. Die Kupplung bewirkt ja, dass der Antrieb vom Motor rausgenommen wird. Die muss dann aus 30 kmh gemacht werden. Das ist so, normalerweise spricht ja immer der Fahrprüfer, der hinten sitzt mit euch. Bei der Gefahrbremsung ist es aber so, dass der Fahrlehrer, der neben euch sitzt, wie gewohnt, das Kommando mal kurz übernimmt. Der Fahrprüfer, der sagt zu euch, bitte halten Sie mal kurz an. Wir möchten jetzt gleich mal die Gefahrbremsung machen. Nicht, dass ihr jetzt schon voll in die Eisen geht, sondern ihr haltet erst mal an und dann übernehmt euer Fahrlehrer das Kommando. Dann fahrt ihr los, wenn der Fahrlehrer das sagt und beschleunigt auf 30 kmh. Halt, Stopp! Das Wichtigste haben wir vergessen. Vergesst es bitte nicht. Es gibt einen dicken Minuspunkt. Bevor ihr losfahrt, macht ihr Spiegelblinker und Schulterblick und dann beschleunigt ihr ganz entspannt auf 30 kmh. Passt ein bisschen auf, dass ihr nicht verkrampft. Passt auch ein bisschen auf, dass ihr nicht zu nah an den Gegenverkehr kommt. Und euer Fahrlehrer gibt euch dann das Kommando für die Gefahrbremsung. Meistens sagt er dann so Achtung, Stopp! Oder er sagt einfach nur Stopp oder einige sagen auch Brems. Ja und dann wisst ihr, BAM, Kuppelung, Bremse, schlagartig durchtreten. Schlagartig, das ABS muss anspringen. Einige Fahrschüler kriegen Angst, wenn bei der Gefahrbremsung das Bremspedal anfängt zu pulsieren. Keine Angst, Freunde. Das ist einfach nur das Pulsieren des ABS und das muss kommen. Wenn es nicht pulsiert und wenn es nicht rattert unter dem Bremspedal, dann war es keine richtige Gefahrbremsung. Ja, das wird dann als Fehler gewertet. Wenn ihr dann die Gefahrbremsung gut gemacht habt und der Fahrprüfer sagt zu euch, prima, habt ihr gut gemacht, weiter geht's. Dann nicht einfach weiterfahren, sondern Spiegelblinker und Schulterblick. Das ist manchmal der größte Fehler eigentlich bei der Übung. Die Gefahrbremsung, wenn man das zwei, dreimal geübt hat mit dem Fahrlehrer, dann kriegt ihr das auch in der Prüfung normalerweise problemlos hin. Aber, was häufig dann ein Fehler ist, dass der Prüfer sagt, okay, Gefahrbremsung mal in Ordnung, weiter geht's. Und das, dieses Weiter geht's, das ist dann so ein Impuls und verursacht ihr wie bei vielen Kollegen, dann Stress und dann weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's und dann ohne Spiegelblinker und Schulterblick. Das wäre fatal, vor allem, wenn der Prüfer schon vorher so ein paar Mängel in der Verkehrsbeobachtung festgestellt hat und dann nach der Gefahrbremsung noch mal ohne Absicherung loszufahren, dann kann das der letzte Impuls sein, vielleicht auch mal eine Fahrprüfung nicht zu bestehen. Da müsst ihr aufpassen, auch wenn der Prüfer sagt, gut gemacht, weiter geht's. Nicht weiter geht's, sondern erst mal absichern. Ihr seid ja gespannt drauf, aber so ein paar Dinge muss ich halt in der Theorie mal loswerden. Ja, so ein bisschen Vorwissen muss man ja auch haben. Vielleicht möchte ich ja zwar hier unterhalten, aber so ein paar Theorie-Dinge muss ich einfach loswerden, denn ich möchte ja auch, dass ihr diese Gefahrbremsung versteht und auch versteht, warum ihr die beherrschen müsst. Ja, was dann noch so eine Sache ist, ihr werdet diese Gefahrbremsung mit eurem Fahrlehrer üben. In der Regel habt ihr ein sehr modernes Fahrzeug. Fahrlehrer haben meistens ein Auto der neuesten Generation, das heißt, da ist allen möglichen Schnickschlag drin, ABS sowieso. Und wir haben auch ein paar Fahrzeuge, die sind ganz modern, die haben dann Fahrassistenz, also Fahrerassistenzsysteme, das heißt, da sind Sensoren überall und wenn da ein Hindernis von dem Computer erkannt wird, automatisch, dann macht das Fahrzeug selbstständig eine Gefahrbremsung. Ja, so viel Komfort haben die meisten Fahranfänger später in ihrem Fahrzeug nicht. Das heißt, ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr euren Führerschein bestanden habt, dann macht ihr mit eurem Auto eine Bremsprobe, das sowieso, man müsste bei jedem fremden Fahrzeug machen. Und ich würde euch auch empfehlen, sucht euch mal eine wenig befahrene Strecke, eine kleine Straße, wo nicht viel los ist, guckt vorher natürlich in den Spiegel und macht auch dort mal aus Tempo 30 eine Gefahrbremsung. Natürlich aufpassen, dass ihr keiner draufhört. Die Verantwortung liegt natürlich bei euch, aber das würde ich euch nur mal empfehlen, vielleicht auch mal aus 40 und 50 kmh, damit ihr auch wisst, wie sich euer Auto in so einer Situation verhält. Ja, vielleicht noch eine Geschichte dazu. Ich habe euch dazu einen Einspieler gemacht und zwar, man hat festgestellt, viele Fahranfänger bremsen nicht richtig und da war ein Zeitsungsartikel, ich muss das jetzt mal aus dem Kopf wiedergeben, das kam zu einem tödlichen Unfall mit einem Kind. Und zwar war das eine junge Dame, die fuhr so Richtung Stadt, eine Hauptstraße, eine Vorfahrtsstraße, wenig Verkehr, aber im Gegenverkehr kamen so ein paar Autos. Eine breite Straße, man konnte die 50 kmh eigentlich sehr gut fahren, in unsere Richtung wenig Verkehr. Und der Gegenverkehr stockte dann noch einmal. Da war eine rote Ampel oder vielleicht ein parkendes Auto. Der Gegenverkehr, da kamen noch ein paar LKWs und dann blieb der Gegenverkehr irgendwie mal stehen, was ja völlig normal ist. Und hinter dem letzten Auto in dieser Fahrzeugkolonne im Gegenverkehr, dort kam ein Kind in die Fahrbahn reingerannt. Die Fahranfänger hat zwar gebremst, aber nicht hart genug. Das kam zum Zusammenprall und das Kind hat es leider nicht überlebt. Ja, das ist irgendwo passiert in Niedersachsen, stand groß hier in der Zeitung und ja, das Traurige eigentlich, das Schlimme daran eigentlich war, der Unfall wäre vermeidbar gewesen, wenn diese junge Fahranfängerin stärker gebremst hätte. Das heißt, sie hat die Gefahrbremsung dort nicht hinbekommen, sie hat irgendwie nur halbherzig gebremst. Das wird ja dann bei so einem schweren Unfall durch Sachverständige auch alles genau rekonstruiert und dann durch Zeugenbefragung und so weiter. Das war wohl so, dass das Kind 30 Meter vor dem Fahrzeug, vorher nicht sichtbar, vor das Fahrzeug gerannt ist. Die Geschwindigkeit der jungen Autofahrerin betrug ca. 50 kmh. Wer schon von euch fortgeschritten ist, der weiß, bei 50 kmh habe ich einen Reaktionsweg von 15 Metern, indem man die Geschwindigkeit durch 10 teilt über 3 rechnet. 50 geteilt durch 10 sind 5 x 3 sind 15 Meter Reaktionsweg. Und dann kommt der Bremsweg nach oben drauf und der Bremsweg, dafür gibt es diese Faustformel, Geschwindigkeit durch 10 zum Quadrat. Das heißt, bei 50 kmh wäre das 5 x 5 sind 25 Meter. Nun wisst ihr aber auch, bei einer Gefahrbremsung kann man den Bremsweg halbieren, vorausgesetzt man bremst hart genug, vorausgesetzt die Fahrbahn ist trocken. Das war bei dem Unfall der Fall. Und hätte die junge Dame eine Gefahrbremsung gemacht, dann wäre der Bremsweg nicht 25 Meter lang gewesen, sondern nur die Hälfte, 12,5 Meter. 15 Meter Reaktionsweg plus 12,5 Meter wären dann 27,5 Meter Anhalteweg gewesen. Das Kind kam 30 Meter vor dem Fahrzeug in die Fahrbahn gerannt. Mit der Gefahrbremsung hätte das noch passen sollen. Aber die junge Fahrerin hat nicht richtig gebremst, so dass es zum Zusammenprall kam und das Kind das nicht überlebt hat. Also, es ist so, wenn ihr die Gefahrbremsung übt, dann wird das lustig. Das wird lustig. Euer Fahrlehrer wird euch das lustig vermitteln. Natürlich, man soll Spaß haben in der Ausbildung. Und auch, wenn man das probeweise macht, diese Gefahrbremsung, das ist halt auch so ein befreiendes Gefühl. Und meistens hat man dann im Fahrschulauto auch eine gute Stimmung. Ja, aber es ist halt so, wenn ihr die Gefahrbremsung im Ernstfall braucht, ist es meistens dann doch nicht mehr so lustig. Ihr müsst es dann abrufen können. Freunde, genug der vielen Worte. Ich nehme euch jetzt zum Markt mit ins Auto. Wundert euch nicht. Wir haben da eine Fahrnahme am Auto. Wir haben das im letzten Sommer gedreht. Da lief gerade die Fußball-Weltmeisterschaft. Vielen Dank an die Fahrschule Mark Neubauer aus Papenburg. Guckt euch das an. Wir haben das Video sehr unterhaltsam natürlich gemacht. Wir wollen euch unterhalten. Aber ihr wisst, im extremen Fall, im Ernstfall kommt es dann auf jede hundertstel Sekunde an. Und es kommt darauf an, dass ihr hart genug bremst. Viel Spaß beim weiteren Video. Hallo Freunde, wir befinden uns bei Mark Neubauer in Papenburg in seiner Fahrschule, in seinem Fahrschulauto. Und heute machen wir jetzt mal die Gefahrbremsung. Mark, vielleicht kannst du mal so ein bisschen erzählen, was ist denn eigentlich Gefahrbremsung? Also Gefahrbremsung, man soll schnellstmöglich zum Stehen kommen, falls dann mal ein Kind über die Straße läuft, damit man das Kind natürlich rettet. Also der Prüfhaber sagt Bescheid. Der Fahrlehrer schreit Stopp. Und wir müssen schnellstmöglich das Auto mit Kupplung und Bremse vollgetreten zum Stehen bringen. Also man könnte auch sagen Vollbremsung. Gefahrbremsung, Vollbremsung ist dasselbe. Genau. Und da habe ich das richtig verstanden. Normalerweise spricht ja immer nur der Prüfer mit dem, äh, der Prüfer spricht immer mit dem Fahrlehrer und gibt die Anweisung. Aber bei der Gefahrbremsung gibt dann der Fahrlehrer dem Fahrschüler das Stopp-Kommando. Ja. Weil der besser absichern kann. Der Prüfer sieht ja vorne nicht hinten. Ich habe hier meine Spiegel. Er kann vorne und hinten absichern. Wir können die Vollbremsung ja nicht machen, wenn einer hinter uns ist und deswegen. Okay. Alles klar. Der Fahrlehrer guckt also selber eben in den Spiegel. Ja. Bevor er Stopp ruft. Das wäre sonst gemeint, ne? Ja. Da kriegt der Prüfer eins ins Genick. Ähm, kann man da was falsch machen? Vollbremsung haue ich voll rein. Ich trete einfach die Bremse voll durch, so schnell ich kann. Kupplung und Bremse? Moment. Wieso Kupplung und Bremse? Ich mache die Vollbremse, haue ich voll in die Bremse. Wenn ich nur die Bremse drücke, geht der Wagen aus, ne? Also muss ich Kupplung und. Der Wagen soll dabei anbauen. Ach so. Also muss die Kupplung und Bremse beides ziehen. Er soll nicht absaufen. Richtig. Und wenn ich dann stehe, beides erst mal gedrückt lassen. Weil die meisten Fahrschüler lassen dann die Kupplung los und dann blub, 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 läuft er ja trotzdem ab. Ach so. Und dann hauen die voll rein und freuen sich, dass es geklappt hat, lassen die Kupplung weg, blub, ist auch noch abgesommen. Ja. Und dann bin ich durchgefallen? Dann oft kriegen sie noch eine zweite Chance. Ach so. Darf ich die Übung nochmal? Aber es kommt nur an. Wenn schon vorher mehr gewesen ist, könnte es ein Durchfallgrund sein. Ah ja. Okay. Ja. Also sollte dann schon klappen. Ja. Also das ist eigentlich eine einfache Übung. Voll durch mit Kupplung. Ohne Kupplung wird der Motor ja glaube ich auch weiter schieben. Das wird ja auch den Bremse noch verlängern. Deswegen. Keine Angst haben. Voll durchziehen. Voll durch. Der Fahrlehrer sichert schon ab. Okay. Aber wenn ich trau mich dann manchmal nicht mit der Vollbahn, weil die Reifen quietschen dann, ich will das Auto nicht kaputt machen. Ja. Deswegen üben musst du ja zwei, drei Mal, dass das auch wirklich in eine... Also ich brauche keine Rücksicht nehmen auf dein Auto bei der Fahrbahn. Nein. Vorher rein. Vorher rein. Bam, wie ich rein. Bam, schlagerartig. Kupplung und Bremse durch. Ja, okay. Dann zeig doch mal. Okay. Ich mache das mal hier nochmal die andere Videokamera hier an. Dann können wir das nochmal eben... Wie schnell muss ich denn fahren? Soll ich das noch 100 machen? Nein. 30 kmh der Prüfer. Also wir üben es ja auch. Und wenn er es in der Prüfung sagt, muss der Fahrstuhl eigentlich wissen, dass wir es bei 30 kmh machen. Wird nicht nochmal extra angesprochen. Okay. 30. Aus 30. Ja. Fahrbremsung. Dran denken. Losfahren. Alles wieder absichern. Wie nach dem Parken auch. Oh ja. Absichern. Nicht bloß nicht vergessen. Das gibt glaube ich Minus. Kein Kupfer mit Ärger, wenn ich ohne Schulterblick so losfahre. Ich gucke mir mal eben deine Füße an dabei. Ja, so. Wir beschleunigen jetzt auf 30 hoch. Ja. Zweite Gang. Ja. 30 kmh, okay. Du kannst ja jetzt mal stopp schreien. Okay, ich darf das machen. Ja. Achtung. Boah. 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 Ich habe aber gar nicht in den Spiegel geguckt. Also der Fahrlehrer wird schon angucken. Ja. Ich habe diesmal mitgeguckt. Aber der Fahrlehrer wird so schnell nicht mehr gucken. Super. Ich habe mitgeguckt. Das gucken wir uns dann nochmal von außen an. Ja, Hammer. Das war auch von außen sah das gut aus. Da kommt man richtig merken, dass die Reifen geschlittert blockiert haben. Dieses leichtes Quietschen habe ich da gehört. Aber ich habe mich gewundert, die Reifen, die haben so gestottert so. Das ist ja unser ABS. Das ABS, das wollen die Prüfer auch hören. Und deswegen nicht loslassen die Bremse, wenn es da unten pulsiert, sondern drauf bleiben. Die meisten lassen dann los, weil das Bremspitler... Und bringen dann Angst. Also das ist normal, wenn ich voll reinhau und mache eine Vollbremsung, dass das so unterm Bremspitler also pulsiert. Das springt das ABS an. Das muss auch kommen. Das muss. Also das ist nichts kaputt. Nein. Keine Angst haben. Weiter durchziehen. Auf und Bremsen bleiben. Prima. Bei der Vollbremsung voll in die Eisen. Keine Rücksicht nehmen aufs Auto, Freunde. Bloß Vernunft wieder. Oh ja. Oh ja. Das ist ja nochmal das, bevor wir abschalten. Da sagt der Prüfer, hast du gut gemacht, weiter geht's. Und was vergisst man? Vielleicht mach es nochmal vor. Wir machen es nochmal vor. Also da wirklich dran denken. Ja. Innenspiegel, Außenspiegel, Blinke setzen und dann den Schulterblick. Weil es könnte da einer von der Grundstückseinfahrt kommen und den kann ich im Spiegel ja gar nicht nicht sehen. Okay. Und wenn da keine Großstückseinfahrt ist, muss ich auch keinen Schulterblick machen. Doch. Muss kommen. Muss kommen. Ja, das kann ja auch einer aus den Büsche kommen. Also mit allen Gefahren recht. Ich hab das mal erlebt, da war dann auch Gefahrbremsung und dann voll in die Eisen alles gut gelaufen und dann sagt der Prüfer sofort dann, das ist gut gemacht, weiter geht's. Und dann war der Fahrschüler dann so in Hektik, dass er ihn absaufen lassen hat. Und dann das Absichern vergessen hat. Da war der Prüfer ein bisschen, ja, nicht so toll. Genau. Und dann lässt er nochmal anhalten und dann wird er die Reihenfolge natürlich andersrum sehen und beim Losfahren wieder. Also Freunde, denkt dran, wenn ihr die Gefahrbremsung gemacht habt und der Prüfer sagt, gut, kann weitergehen, dann einmal Luft holen, durchatmen, ersten Gang nochmal überprüfen und absichern, dann fahrt ihr in Ruhe weiter. Also wenn der Prüfer sagt, weiter geht's, dann braucht ihr nicht gleich in Hektik verfallen. Genau. Okay, weiter geht's. Weiter geht's. Ah, er hat ans Absichern gedacht. Tschüss Freunde. Ja Freunde, ich hoffe, das hat euch gefallen und hilft euch bei der Gefahrbremsung. Das nächste Video für euch ist schon in Arbeit. Ich würde mich wieder freuen, wenn ihr einen Daumen hoch machen würdet und mich vielleicht abonnieren würdet, damit ihr nichts verpasst. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Uwe von der Fahrschulschung. Und Schluss. Tag, 20. Puh, 25. 5.